Ich hoffe, Sie haben die entsprechende Geduld und Zeit mitgebracht und beginnen jetzt mit unserem Programm nochmal. Herzlich willkommen, vielen Dank für Ihr Interesse, in diesen bewegten Zeiten über Russland, Ukraine, Europa und über uns zu diskutieren. Wir haben einen guten Tag von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, bitten ein kurzes Gruß zu uns Partner für diese Veranstaltung. Sie machen es, tut mir leid, ist unser Kooperationspartner für diese Veranstaltungsreihe. Die hieß einmal Khodorkovsky-Debatten und war ein Ableger einer entsprechenden Veranstaltungsreihe in Moskau, in der es um demokratische Reformalternativen für Russland ging. Khodorkovsky ist jetzt auf freiem Fuß, er ist auch gerade dieser Tage in Berlin, hat in der letzten Woche sein neues Projekt Open Russia vorgestellt. Wir müssen also nicht mehr diese Veranstaltung nach ihm benennen, er ist nicht mehr in Haft. Und deshalb heißt sie jetzt russische Alternativen und damit bin ich auch schon am Ende. Vielen Dank. 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 Meine Damen und Herren. , meine Damen und Herren. Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. . Vielen Dank. . 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 Vielen Dank. Frau Freitag. Vielen Dank. Und jetzt gleich in Medias Rees ohne lange Vorreden. Wir haben zwei sehr interessante Gäste aus Moskau für heute Abend eingeladen. zwei langjährige Freunde und zwei langjährige Freunde und Partner der Böll Stiftung. Maria Liebmann, eine der herausragenden Journalistinnen und politischen Analytikerinnen in Russland, war lange mit Carnegie Moskau, war dort engagiert, beruflich, hat Zeitschrift herausgegeben. Herzlich willkommen, Maria, wir sind sehr gespannt. Und Lev Gutkov, vielen von Ihnen vermutlich bekannt als Direktor des Levada-Zentrums, dem wichtigsten unabhängigen Meinungsforschungsinstitut in Russland, führen regelmäßige politische Meinungsumfragen durch. Wir werden dadurch aussehen, aus denen sich eine Menge Erkenntnisse ziehen lassen über die Entwicklung der politischen Stimmung in Russland, über die Ausdifferenzierung der russischen Gesellschaft und über die ideologischen Wellen, die diese Gesellschaft durchziehen. Wir werden beginnen mit einer kurzen Darstellung der neuesten Forschungsergebnisse des Instituts, die Lev hier vorstellen wird. Dann wird Maria Liebmann stärker zu den internationalen Implikationen des unerklärten Kriegs Russlands gegen die Ukraine sprechen. Welche Auswirkungen hat das absehbar auf die russisch-europäischen Beziehungen? Und was wäre eine adäquate Antwort von Seiten der Bundesrepublik und Europas auf diese Politik? Vielen Dank. Vielen Dank. Das war mit dem Zentrum Kornegi und arbeiteten in der Journalistik, wie ich schon gesagt habe. Wir warten mit dem Motto, was du uns erzählst, Maria Liebmann. Der zweite ist Lief Guttkopf. Er ist bekannt für viele von Ihnen als Direktor der Zentrum im. Jüri Lievady. Das ist der wichtigste Institution für soziale мнение. Der Institution regulär macht Fragen, aus denen man viel über die Politik, über die Gesellschaft und über die Ideologische волne, die durch die Lande gehen. Liefkutkow beginnt, er will kratke vorstellen, dass die größte Resultate in den Zentralen VAD, und dann Marija Liebmann wird uns über die международnede Rolle geschehen in der Ukraine, über die Ergebnisse in den europäischen- und europäischen отношen, und, vielleicht wird es, welcher möglich ist, dass es für die FED-Präsidenten ist. Und im Anschluss daran werden wir zwei Kommentare hören, aus berufenem Mund von zwei Abgeordneten des Deutschen Bundestags, die seit vielen Jahren engagiert sind in der Osteuropapolitik, die sich intensiv mit Russland beschäftigt haben und für die russische Zivilgesellschaft engagiert haben. Marie-Louise Beck, Osteuropa-politische Sprecherin der Grünen im Bundestag und Andreas Schockenhoff, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU und CSU. Herzlich willkommen auch an Sie beide. So. Und im Übrigen. После этих выступлений у нас будут два комментария со стороны двух членов Bundestag. Oba уже много лет engagированы в политике по отношению с Восточной Европой. Ей очень интенсивно занимаются Россией и поддерживают гражданское общество в России. Это, во-первых, Мария-Louise Beck, она является представителем по Восточной Европе фракции «Союз 90 зеленых» в Bundestag. А второй член Bundestag – это Andreas Schockenhoff, он заместитель председателя фракции ХДС-ХСС. Und jetzt endlich Lef, bitte sehr. Und jetzt, Lef, bitte. Prежде всего, мне хочется поблагодарить фонд Böller und Niemöckel общество, если не Восточная Европа, за возможность выступить перед вами и рассказать о ситуации в России. Прежде всего, как вы хотите поблагодарить фонд Геннер ХДС-ХС. Прежде всего, как вы хотите поблагодарить фонд Геннер ХДС. Und die Deutsche Gesellschaft für Osteuropa-Kunde danken für die Möglichkeit, hier heute vor Ihnen zu sprechen. Seit Januar dieses Jahres hat sich die Situation in Russland drastisch verändert. Und ich und meine Kollegen fühlen manchmal, dass wir in einem anderen Land leben, mit einem anderen Klima und anderen geografischen Gegebenheiten. Antio-Ukrainische, prежде всего, Mobilität, die riesig, ich würde sagen, radikalisch verändert hat die отношen Menschen und zur Regierung, und zur внешen Politik, und überhaupt zur passiert. Und wir haben seitdem es mit einer starken Propaganda zu tun, anti-ukrainischer Art, fast ausschließlich anti-ukrainisch. Diese Propaganda vonseiten der Machthaber hat nationalistische und patriotisch-nationalistische Gefühle geweckt in der russischen Gesellschaft, sodass wir eben eine radikale Veränderung zu verzeichnen haben. Die Veränderung, die sich auf das Verhalten der Machthaber ausgewirkt hat, die Radikalisierung, die die russische Außenpolitik beeinflusst und die ganze russische Gesellschaft. Die russische Gesellschaft wurde dadurch aufgeregt, aufgewirbelt und wenn man von dieser aufwirbelt, spricht, so finden zugleich tiefgründige Veränderungen statt, struktureller Art, wie es immer so ist in solchen Situationen. Und wenn man diesen Zustand beobachtet, so sieht man auf den ersten Blick, dass die Prozesse des Zerfalls der Sowjetunion noch nicht zu Ende sind. Es ist immer noch diese Mentalität von damaliger Zeit, die in den Vordergrund tritt und die Stimmung in der russischen Gesellschaft beeinflusst. Russland bewegt sich in die Situation, wo die Machtstrukturen, immer autoritärer werden, wenn nicht totalitärer. Und diese zehn nach sich wiederum Strukturveränderungen auf allen anderen gesellschaftlichen Ebenen, die Machtstrukturen verändern sich, die Gerichte arbeiten anders, das ganze Rechtssystem wird verändert. Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass die ukrainische Krise von ungefähr gekommen ist, dass sie plötzlich ist und dass diese Reaktionen in der russischen Gesellschaft oder von Seiten des russischen Staates auch plötzlich und unerwartet sind. Aber dem ist es nicht so. Die soziologischen Studien zeigen, dass es diese Tendenzen schon vor der ukrainischen Krise gegeben hat. Die soziologische Krise, die in den letzten Jahren schon erwähnt wurde, mit der Krieg mit цветenden Revolüten, mit der Krise gegen das Westen, gegen das Liberalismus und der Krieg mit Grusien. Ich erinnere mich. Gegen den Liberalismus westlichen Typs, gegen alle diese Einflüsse, die angeblich von außen auf Russland ausgeübt werden. Und man darf auch den Krieg gegen Georgien nicht vergessen. Nach diesem kurzen Krieg ist die Popularität von Präsident Putin enorm gestiegen, und zwar im August bis September 2008 sogar auf 87 Prozent. Und schon damals, nach dieser Entwicklung, hatten wir beobachtet, dass die Popularität von Präsident Putin und seines Regimes immer weiter gesunken ist. Ich spreche von den Jahren 2008 bis 2009, von dieser Krisenzeit, die zu viel Verunsicherung gefühlt hat. Und just in der Zeit hat sich der russische Staat aus vielen sozialen Programmen verabschiedet. Die Menschen bekamen immer weniger Unterstützung. Es gab immer mehr soziale Probleme und andere Probleme, die auch zu offenen Auseinandersetzungen zwischen dem Volk und dem Staat geführt haben. Und das ist auch die Offenbarung, die sich nicht so gut verabschiedet hat. Und das ist sicherlich, dass sich die Vorbeidigung auf 100 Prozent auf 10 Prozent auf 100 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 Prozent erinnert. Und es gab diese offene Unzufriedenheit und sogar Massendemonstrationen und dann kam die Zeit, als Präsident Putin, der ehemalige Präsident Putin, wieder Präsident werden wollte. Und es gab die neuen Wahlen und man hat viele Falsifizierungen beobachtet. Und infolgedessen sind die Menschen gerade in Großstädten auf die Straße gegangen. Ich spreche von dem Zeitraum 2011 bis 2012. Und es ist zu einer sogenannten Regimemüdigkeit gekommen. Ich habe damals schon Untersuchungen gemacht und geforscht und gesehen, dass das Regime von Präsident Putin immer weiter delegitimiert wurde. Und gegen Januar 2014 hatten wir es mit einer Situation zu tun, in der 61 Prozent Russen sich müde fühlten, immer den gleichen Menschen als Präsidenten zu sehen. Und 47 Prozent haben sich offen geäußert, dass sie eine andere Persönlichkeit an seiner Stelle möchten, eine Person, die aus einem anderen politischen Lager käme, andere neue Ansichten hätte und so weiter. Und das ist, was er in der Zeit, in der Zeit, in der Zeitung, die sich umgehebte, umgehebte und die vor allem, umgehebte und die Das ist, was er, umgehebte und die Als Reaktion auf diese offenen Proteste, hat das Putin-Regime Repressalien eingeführt gegen die Zivilgesellschaft, gegen die Opposition und hat auch neue Gesetze erlassen, wie zum Beispiel das Gesetz, welches die Medienfreiheit einschränkte oder das Gesetz gegen ausländische Agenten, in Anführungszeichen, oder das Gesetz, welches immer weiter die Zivilgesellschaft und die Opposition in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkte. Es gab auch ein Gesetz. Gegen Staatsverrats und welches auch viele Oppositionellen leicht subsumiert werden konnten. Und es entstanden sehr viele soziale Probleme zur damaligen Zeit, aber darüber offen zu diskutieren, war quasi tabu. Und nach unseren Forschungen haben sich 85% der Russen ausgesprochen gegen diese horrende Korruption in den oberen Machtetagen. Denn diese zeugte nach Überzeugung der Menschen davon, dass der russische Staat eigentlich schon total am zerfallen war. Das ist es zu einerseits. Und das andere, diese stissene, die öffentliche Veranstaltung, die diese Probleme, die diese Probleme, die umgekehrt werden, wurde auf eine Rückzündung ausgesprochen, in der Ressung der NDR, in der Ressung des Zivilgesellschaft, 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 die die in den Voraussetzungen ausgesprochen haben. Das war erstens. Und zweitens diese Eingängung des öffentlichen Raums, des Raums, in dem sich die Opposition und einfach die Menschen hätten frei äußern können, hat dazu geführt, dass eine gewisse nationalistische Gegenbewegung von unten entstanden ist, eine xenophobische Bewegung, denn viele Menschen ganz unten haben sich plötzlich ungeschützt gefühlt und sie haben eben auf diese Art und Weise auf die Vorkommnisse reagiert. Das heißt, dass bei einem von einer der größten Eingängung des Eingänges 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 Eingänges, известner aus welcher im moscowischen Bereich Berljowa. Und einer unserer Experten, Emil Pein, hat mehr als 360 offene Konflikte oder sogar Pogrome gezählt, die teilweise sogar blutig verlaufen sind. Es gab auch Opfer. Einer der Pogrome fand in einem ruhigen Moskauer-Viertel Berljowa. Im Herbst letzten Jahres haben wir einen Höhepunkt an Xenophobie und zwischen ethnischen Spannungen verzeichnen können, das ist sozusagen der höchste Wert in den letzten 25 Jahren in Russland. Und vor diesem Hintergrund der Diskreditierung der russischen Machthaber, dieser Xenophobie von unten, kam es plötzlich, in Anführungszeichen, zu der ukrainischen Krise. Diese Bewegung der Ukraine hin zur Integration mit der Europäischen Union hat anfangs gar keine negativen Reaktionen unter der russischen Bevölkerung hervorgerufen. 65-70% совершенно спокойно отнеслись к этому, считая, что это внутреннее дело самих украинцев, понимая те экономические проблемы, которые породил коррумпированный режим Янукович. И поэтому никакой собственной Агрессии это не вызывало. 65-70% der Russen haben sich in dieser Situation ganz ruhig verhalten, denn sie dachten, diese Bewegung der Ukraine hin zu Europa ist eine innere Angelegenheit der Ukraine und hat mit Russland nichts zu tun. Außerdem gab es in der Ukraine viele Probleme wirtschaftlicher Art, welches das Regime von Ex-Präsidenten Янукович produziert hat. И большая часть населения, порядка 60% с лишним, считали, что Россия ни в коем случае не следует вмешиваться в эти процессы, тем более использовать силы для того, чтобы повлиять на проходящие там процессы. Und mehr als 60% der russischen Bevölkerung waren der Meinung, dass sich Russland auf gar keinen Fall in die Prozesse in der Ukraine einmischen sollte und schon gar nicht gewaltsam. Но после Января, после начала вот таких уже кровавых столкновений на Майдане, пропаганды начались интенсивнейшие, очень лживые, очень агрессивные и тотальные по масштабу антиукраинские пропаганды. Aber nach Januar, nachdem es zu den ersten blutigen Konflikten auf dem Майдан gekommen war, begann diese totalitaristische антиукраинische Propaganda in Russland. Diese Wende in der Ukraine, diese Umorientierung in Richtung Westeuropa hat das Regime von Präsident Putin auf zweifachige Weise bedroht. Первое, это разрушался сам geopolitический проект Евразийского союза, который чрезвычайно важен был для Путина в его конструкциях создание на постсоветском пространстве такого союза авторитарных режимов во главе с Россией. Президент Путина, это весь геополитический проект и создавал свою роль в великой державе, контролирующий все постсоветское пространство. Die Idee bestand auch darin, dass Russland, wie früher die Sowjetunion, wie früher in der Sowjetunion, die führende, dominante Rolle übernimmt und die Prozesse in dem gesamten постсоветischen Raum kontrolliert. Вторая опасность для режима представлял собой модель народного восстания против коррумпированного режима и мирный переход власти. Это было особенно значимо, потому что в России демонстрации протеста, митинги, протеста в общем носили скорее моральный, а не политический характер и эффекта такого они не добились. Это была значительная опасность, потому что в России протесты в России были более моральными и не политическими. И они, конечно, тоже не привели. Поэтому пропаганда вывела последовательно несколько цисков, они от месяца к месяцу нарастали или менялись. Первое, это было то, что сами процессы на Украине, вот это движение, в сторону создания демократического правового государства по западным моделям, оно инспирировано Западом и смысл его в том, чтобы ослабить Россию, оторвать Украину от России и тем самым блокировать процессы усиления, централизации российского государства. Эта пропаганда Цублюкьян. Второе, это второй тезис, это то, что к власти рвутся ультра-националисты, нацисты, фашисты, антисемиты, бандеровцы, что сразу разорвало всякое сочувствие к украинскому движению, поскольку власть заговорил на языке второй мировой войны, на языке борьбы с фашизмом, полностью разрушив основания для идентификации русских с украинцами. Тезис 2. Тезис 2. Это ультра-националисты, фашисты, антисемицы и бандера-нашфолки, которые в Украине в силу на войну с помощью этого языка, эта языка в годы от Второй войны и вдруг эта языка была снова и снова использована и это Das hat sozusagen die letzte Identifizierung zwischen Russen und den Ukrainen kaputt gemacht. Das ist der Fall. Diese Nummer drei. In der Ukraine hat ein Staatsstreich stattgefunden. Der ukrainische Staat ist zerstört. Die Russen und die russischsprachige Bevölkerung im Osten der Ukraine befinden sich in äußerster Gefahr, die von den ukrainischen Nationalisten und Faschisten ausgeht, so dass Russland extraordinäre Maßnahmen ergreifen muss, sogar militärische Art, um die russischsprachige Bevölkerung im Osten der Ukraine zu schützen. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Annexion der Halbinsel Krim. Die russische Bevölkerung hat gejubelt und ihren sozialen Anspruch aufgegeben. Infolge dessen ist auch der Rating von Präsident Putin auf 86 bis 87 Prozent gestiegen und bleibt auf dem Niveau nach wie vor. Und das Ganze wurde nicht nur wie der Schutz für die russische Bevölkerung, die russische Bevölkerung im Osten der Ukraine verpackt, sondern als eine Wiederkehr, Russland auf der Weltarena als Großmacht, die Wiederaufnahme der sogenannten historischen Rolle Russlands, welche sozusagen dazu beitragen könnte, dass man Russland wieder respektiert, dementsprechend. Und das Ganze hat zu einer unerhöhten Konsolidierung der russischen Gesellschaft, die verschiedenen sozialen Gruppen waren sich plötzlich darüber einig, dass die Machthaber alles richtig machen. Und die ganzen Ansprüche wurden aufgegeben, die Unzufriedenheit war plötzlich weg, sodass man von einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung oder Stimmung sprechen kann. Und das Ganze verpasst hat einen sehr, sehr viel auf die Regime der Welt, und das dann auch, dass es, dass es, dass es das Ressurs, was, der, glaube ich, ist, in dem dem Weg zu machen, die ihre Regime in die nächsten Wahl in 1918-1919-1990 waren, wird es sogar noch mehr geben. Wir haben eine Restaure, eine Struktur, eine Struktur, eine Struktur, eine Struktur, die in der Sowjetunion praktisch ausgewählt wurden. Und man kann schon fast davon ausgehen, dass im Jahr 2018 Putin wieder als Präsident gewählt wird und diese Machtstrukturen, die heute da sind, zementiert, konserviert werden und fortbestehen, ähnlich wie die Strukturen der Sowjetunion zur Sowjetzeit. Das ist natürlich sehr wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz sprechen wir von einer Wahrscheinlichkeit. Freilich kann es auch anders kommen, es sind auch andere Szenarien denkbar. Somit möchte ich erstmal meinen Beitrag beenden und das Wort an den folgenden Rednern übergeben. Vielen Dank für diese sehr systematische Analyse der St. Triebkräfte, die zu dieser jüngsten Zuspitzung geführt haben. Und vielen Dank auch nochmal für Ihre Schlussbemerkung, die uns vor einem historischen Fatalismus bewahren soll, dass die Dinge so bleiben müssen oder sogar noch schlimmer werden, als sie ohnehin schon sind. Vielen Dank für den sehr systematischen Analyse der St. Triebkräfte, die wir sehen. Und wir werden uns hoffentlich im Laufe des Abends zumindest kurz noch mit der Frage befassen, wo eigentlich die krisen Elemente und Bruchlinien in diesem Herrschaftsmodell liegen, sei es ökonomisch oder politisch. Ich hoffe, dass heute Abend noch eine Möglichkeit, dass wir noch kurz über die Frage, welche Elemente sind die Grundlage der Krisis in Russland, obwohl auf экономischem oder politischem Ebene. Jetzt aber bin ich frei für Maschelle Liebmann. Bitte sehr. Nun bitte ich bitte Maschelle Liebmann. Bitte sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. über die Länder und die Geopolitik. Es gibt noch eine Probleme, wenn der Запад die Politik der russischen Regierung und die Regierung kritisiert. Wenn der Westen die russische Regierung kritisiert, unter anderem dafür, dass sie die Menschenrechte einschränkt, dass sie die demokratischen Prinzipien einschränkt oder die Prinzipien des Rechtsstaates, dann ist der Westen in dieser Kritik quasi unanfechtbar. Denn das sind ja die Werte, die alle die Länder vertreten, die Russland kritisieren. Aber in der Außenpolitik ist die Situation sehr viel komplizierter, denn der Westen und allen voran die USA sind eben nicht unanfechtbar oder unfehlbar, wenn sie solche Prinzipien vorbringen. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das war nicht nicht so schnell. Denn diese Krise war unerwartet und dramatisch nicht nur für die Ukraine, sondern auch für den Westen. Und ich werde auch für die Russen sagen. Das werde ich nicht haben. Ich habe den Eindruck, dass wir uns in einer Situation befinden, in der wir umdenken müssen, in der wir vielleicht auch Dinge in der Vergangenheit falsch verstanden haben. Denn die aktuelle Krise kam unerwartet sowohl für die Ukraine als auch für den Westen, als auch für Russland selbst. Und deswegen, у Putina есть strategische Prioritäten. Und ich würde sagen, dass таких Prioritäten zwei sind. Das ist der Kontrolle внутри der Länder, gegen das общество und die Politik. Und das ist das, was in Russland называется Souveränität, und das ist das, was in Russland heißt, dass niemand in den inneren Taten Russland nicht verabschiedet wurde und nicht verabschiedet wurde, dass Russland möchte als Sphäre ihrer Interesse. Er hat einen hervorragenden Taktiker bezeichnet, der aber ein schlechter Stratege ist. Und im Grunde kann man dieser Meinung auch zustimmen. Aber er hat auch auf strategischer Ebene zwei Prioritäten, die er verfolgt. Zum einen möchte er unbedingt die Kontrolle im eigenen Land bewahren, und zwar über die Gesellschaft und die Politik. Und zum anderen möchte er unbedingt die Souveränität bewahren. Das heißt, er möchte unbedingt verhindern, dass man sich einmischt in die inneren Angelegenheiten und in die Interessenssphären Russlands. Im Rahmen dieser Prioritäten ist Putin nicht bereit, die Souveränität aller Länder als gleich anzusehen. Er ist also nicht der Meinung, dass jedes Land das gleiche Recht auf Souveränität hat. In der Vorstellung Putins hat die Politik Gorbatschows zu einer Katastrophe geführt, nämlich dazu, dass Russland die Kontrolle über die innenpolitische Lage verloren hat und de facto auseinandergebrochen ist. Das ist auch eine große Stattung der Aussage und ich würde sagen, eine große Stattung der Aussage und das ist nämlich das Teil der Aussage und die Propaganda die Propaganda verwendet wurde, die in den letzten Jahren und die vorhandenen Anstrengungen und die Ich denke auch, dass ein großer Teil der russischen Elite oder sogar der gesamten russischen Gesellschaft der Ansicht ist, dass diese politischen Ereignisse als Folge einer Propaganda geschehen sind. Das heißt, dass zunächst eine gewisse Propaganda existiert hat und dass die Ereignisse, die dann darauf folgten, als Resonanz darauf. Das ist eine gewisse Propaganda. Die Ereignisse, die unter Gorbatschow standgefunden haben, hätte Putin auf jeden Fall verhindern wollen. Denn sie haben nach seiner Ansicht zu einer Schwäche des Landes geführt und auch zu einem Konflikt mit dem Westen. Man muss dazu sagen, dass Putin nicht möchte, dass Russland isoliert wird. Aber Putin will, dass Russlands Interessen gewahrt werden. Und man kann durchaus behaupten, dass Russland in der aktuellen Situation gewonnen hat, auch von der Krise mit den westlichen Staaten. Aber der Haupt, der wichtigste Wunsch, das wichtigste Ziel Putins ist und bleibt, dass Russland souverän bleibt und die innenpolitische Kontrolle behält. Vielen Dank. Die Aufgabe der Schutz der nationalen Interessen, der Gäopolitischen Interessen, oder anderen, war in der Angelegenheit mit den Interessen der nationalen Entwicklung, war keine Frage, was genau Putsch will. Die Priorität sollte immer an den nationalen Interessen sein sein. Aber wenn man diese Angelegenheit hat, dann mit solchen Angelegenheiten war Putsch bereit sein. Die Prioritäten Russlands waren immer die Wahrung der nationalen Interessen. Das heißt, das ist auch die Hauptaufgabe seiner Politik. Und wenn er damit in Kauf nehmen muss, dass sich im Land gewisse Entwicklungen dadurch verzögern, verschlechtern, dann nimmt er das in Kauf, um seine Hauptpriorität zu wahren. Das heißt, dass die Interessen der nationalen Reise auch nicht in vollen Wunderschöne war. Das ist ein Wunderschöne, das in den letzten Jahren nicht zu bringen, aber in den letzten Zeitpunkt, insbesondere in den letzten Zeitpunkt, die Prioritäten der внешen Politik und die Kontrolle in den Wunderschöne, die in den Wunderschöne, in den Wunderschöne, in den Wunderschöne. Putin ist es eine Zeit lang gelungen, eine Balance zu wahren zwischen seinen Interessen und den Dingen, die er dafür eben opfern oder hingeben musste. Allerdings hat sich das in der Vergangenheit geändert und heute ist die Wahrung der Interessen, die Wahrung der inneren nationalen Interessen, eine Art Selbstzweck in Russland geworden. Und heute balanzieren die главen Prioritäten, die zweistepenliche Prioritäten, das schon nicht kann. Und die Zahl der Schutz der nationalen Interessen, der Schutz der geopolitanischen Positionen der Russen, wird die Verlust der Россienste verletzt. Und Putin, тем nicht, ist es nicht zufrieden. Heute gelingt es nicht mehr, diese Balance, dieses Gleichgewicht zu erhalten. Der Preis ist zu hoch. Das heißt, die geopolitische Lage des Landes verschlechtert sich. Die Interessen des Landes werden nicht mehr gewahrt. Und die Wirtschaft leidet darunter. Putin ist allerdings nicht bereit, einen Schritt zurückzugehen. Die Frage ist nun. Putin hat in der ukrainischen Krise eine große Gefahr für die russische Souveränität gesehen. Und sein derzeitiges Handeln ist darauf ausgerichtet, dass das Land nicht weiter darunter leidet. Die Frage ist, ist Putin bereit, auch weiter in dieser Richtung vorzugehen. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Ich hoffe, dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen. Ich will, man will darüber nicht nachdenken. Und wir wollten auch früher darüber nicht nachdenken, als die Stimmung in der russischen Gesellschaft immer revisionistischer wurde. Aber mit jedem Jahr wurde diese Stimmung eben stärker. Es ging immer stärker in diese Richtung. Als Jeltsin noch russischer Präsident war, hat er es geschafft, diese revisionistischen Kräfte auszubalancieren, aber unter Putin gelingt das nicht mehr. Und sie продолжали abzuhören von der Russische Bedeutung, von der Russische Bedeutung, von der Russische Bedeutung, von der Russische Bedeutung, von der Russische Bedeutung. In Russland wuchs also die Unzufriedenheit. Und, ja, man... Warte, bitte, bitte, ich nicht verstehe. Warte, bitte, bitte. Warte, bitte, bitte. Warte, 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 bitte, bitte. Warte, 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 TreasureIVE-etin. Warte, salary oder Gr Geburt. Warte, wenn was ZDF da import. Die Frage ist, hat der Westen in den letzten Jahren in der letzten Zeit die richtige Politik verfolgt? Ich meine mit der letzten Zeit die Zeit, als die Ukraine das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnen sollte. War die Reaktion Russlands absehbar oder nicht? Der Westen hat jedenfalls gezeigt, dass er keine Möglichkeit hat, die Ukraine zu schützen und auch sich selbst zu schützen. Das sind sehr schwere Fragen, ich habe darauf keine Antwort. Eine weitere Frage ist, war es richtig, auf Janukowitsch zu setzen, der so unzuverlässig ist, der so dringend Geld brauchte? Und das in einer Situation, in der Russland auch so starke Druckmöglichkeiten auf die Ukraine hat. Vielleicht übertreibt Putin mit seinem Widerstand gegen den Westen. Aber das Potenzial, das Russland hat, ist auf keinen Fall bereits ausgeschöpft. Die wirtschaftliche Lage Russlands ist schwierig, aber sie ist nicht vergleichbar mit der wirtschaftlichen Jahre der Sowjetunion am Ende der 80er Jahre. Denn diese Lage war katastrophal und das ist heute nicht der Fall. Как говорил сейчас Lev Gutkoff, российские граждане в подавляющем большинстве поддерживают своего президента. Und в отличие от позднего Советского Союза, Запад на сегодняшний день, это надо признать, для большинства российского населения не является авторитетом. Lev Gutkoff hat gesagt, dass die große Mehrheit der russischen Bevölkerung den russischen Präsidenten heute unterstützt. Und im Unterschied zur späten Sowjetunion ist für die meisten russischen Bürger der Westen heute keine Autorität mehr. In der kurzen Perspektive, die die größte, die größte, die größte und die größte und die größte, die größte und die größte und die größte. Und das passiert schon jetzt. Nenntet ein sehr starkes удар, ein Schwer, ein Schwer, ein Schwer und die Zukunft. Aber noch nicht mehr als obviel, dass Putin die Politik verändert und die Ukraine in der Ruhe. In der sehr kurzen Perspektive leidet der Teil der russischen Gesellschaft, der kreativ ist, der unternehmerisch handelt. In diesem Bereich hat Russland bereits einen sehr großen Schlag einstecken müssen und wird auch in Zukunft sehr stark leiden. Aber es gibt leider im Moment keinen Grund zur Annahme, dass Putin seine Politik ändern wird und dass Putin die Ukraine in Ruhe lassen wird. Vielen Dank, Moscha. Für diese Herausforderung an unserer Adresse. Und das ist auch schon die Überleitung zu unseren Kommentaren, Andreas Schockenhoff und Marie-Louise Beck. Meier Liebmann hat ja nochmal die großen Fragen aufgeworfen, die auch in der westlichen Debatte zur Ukraine-Krise und den politischen Schlussfolgerungen mitschwingen. Wenn ich mal zwei Pole beschreiben würde, eine superrealistische oder machiavellistische Position, die sagt, es war von Anfang an ein Fehler, die Option der europäischen Integration der Ukraine aufzumachen. Wir müssen die, ich zitiere, natürliche Einflusszone Russlands respektieren. Und sei es nur aus machtpolitischen Gründen, weil Russland die militärische Eskalationsdominanz in diesem Raum besitzt und weil, wie Mascha sagt, der Westen keine Mittel hat, die Ukraine zu verteidigen. Woran sich die Frage anschließt, hat er tatsächlich nicht diese Möglichkeit oder sind wir nicht bereit dazu? Und die zweite Position, holzschnittartig, der Andropole, wir müssen mit allen Kräften diese europäische Friedensordnung und die Prinzipien, auf die sie gebaut ist, verteidigen. Entschuldigung. Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. . . Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. Vielen Dank. . Vielen Dank. 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 Verletzung der Integrität von Georgien möglichst schnell verdrängt. Und da die Menschen nicht berechenbar sind, was von dieser Absage der Zeichnung des Assoziierungsabkommens, womit, glaube ich, die Europäische Union hätte umgehen können, aus einmal einer Freiheitsbewegung in der Ukraine, und damit hatte wirklich niemand gerechnet. Und da geht es nicht nur um technisches Entschuldigung von der ersten Analyse des Assoziationsabkommens, sondern auch um das, dass das alles auf die Ukraine nicht nur eine Bewegung für die Freiheit, massliche Bewegungen, народliche Bewegungen, aber auf das nicht nur jemand, um technokratische Politik zu führen, über die nächsten Assoziationsabkommens in Europa. Und es kam zu einer politischen Paradoxie, nämlich diese Freiheitsbewegung hat uns dem Westen den Spiegel vorgehalten. Sie hat nämlich daraus vertraut, dass wir die Werte, für die sie auf die Straße gegangen sind, bei uns dann auch finden würden und wir uns in aller Kraft dafür einsetzen würden. Und dann kam ein so-bieterischer Paradox, wenn man so sagt, dass es so wie eine Auswahl der Bewegung auf die Ukraine nicht wirklich auf die Schmerzen in der Ukraine und die uns auf die Schmerzen Und dann beginnt die ganze Geschichte von zwei Schritte vor, drei Schritte zurück, ein Schritt vor in der europäischen Diplomatie, die Sie alle in den letzten Monaten verfolgen konnten. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde bei der Krim eine rote Linie formuliert, als sie dann qua Annexion überschritten worden war, war die Linie nur noch rosa. Und jetzt schleppen wir uns von rosa Linie zu rosa Linie, und wo sie enden wird, weiß noch niemand. Ich will auf eine Konstellation aufmerksam machen, die mir erst heute klar geworden ist, wo wir eine neuerliche Rückzug- und Absetzbewegung des Westens, ich sage ohne Not, zu verzeichnen haben. Und zwar ist das die Konstellation der Minsker Vereinbarung. Ich will Ihnen das gleich erklären. In Minsk treffen aufeinander ein ukrainischer Staatspräsident, der weiß, dass 60 Prozent der militärischen Ausrüstung schon in diesen wenigen Tagen der militärischen Auseinandersetzung mit Russland zerstört worden sind. Und er trifft auf Präsident Putin, der mit einer großen militärischen Macht im Rücken als sein Verhandlungspartner ihm gegenüber sitzt, steht. Und der noch erklärt hat, dass er bereit ist, militärische Mittel einzusetzen. Und was passiert in Minsk? Und in Minsk, da ist ein ukrainischer Präsident, der weiß, dass in den Moment des Konflikts der Konflikts 60 Prozent des Potenziales Kiewer ist. Und, von der anderen Seite, der Präsident Putin ist, mit dem großen Wien- und Komplexen, großartige Armee. Und der Präsident Poroschenko gibt mit einer realistischen Einschätzung seiner Unmacht einen Teil des Landes in die Hände von Banditen und Separatisten. Und jetzt wird von uns gesagt, wie sollten wir diesen Kompromiss schelten, wenn der ukrainischer Präsident ihn selber eingeht. Und die Konstellation aber bedeutet, Es verhandeln nicht mehr Poroschenko mit der Europäischen Union an der Seite und Putin auf der anderen Seite, sondern Poroschenko, von dem wir wissen, dass er so schwach ist, steht alleine dieser übermächtigen Macht gegenüber. Das sind diplomatische Absatzbewegungen. Die sind empörend, nicht nur empörend, sondern sie sind in Bezug auf die Botschaft nach Moskau die absolut falschen, weil sie zeigen und dem Kreml und Putin zeigen, wie der Westen wackelt. Das ist eine dramatische Bilanz. Ich glaube, dass klar ist, dass der Kreml, der zu vielem bereit ist, wozu der Westen nicht bereit ist, zumindest eine entscheidende, klare und entschlossene Haltung braucht. Was sind unsere Mittel dafür? Unsere Mittel dafür sind, zu sagen, wir geben diesem Kreml nicht die Ressourcen, um ein anderes Land zu erpressen. Und so ist der Dramatische Bilanz, dass Kreml bereit ist, dass Kreml bereit ist, dass Kreml bereit ist und dass Kreml nicht bereit ist. Und in der Grunde, wir senden nicht richtiges Messege. Wir sollten uns reagieren, dass wir in Kreml bereit sind, dass wir in der Kreml bereit sind, dass wir in der Kreml bereit sind, dass wir in der EU-Positionen, dass wir in der Ukraine bereitstehen, dass wir bereitstehen, dass wir alle средства, а вернее готовы не предоставлять никаких ресурсов кремлевскому режиму для того, чтобы анnexировать территории ближайших стран. Согласно, что это лунген, долгое время с теми фасшистской и антисемитской, которые в Киев на улице были, в том, что они не могут быть в Киеве, но они могут быть в Киеве, но они могут быть в Киеве. Как сильно повлияли на нас те мифы, о которых нам рассказывали, а именно то, что в Украине на улице вышел не народ, а фашисты, антисемиты и прочие силы, которые, так сказать, у нас в Германии инстинктивно в силу исторических особенностей воспринимаются как весьма негативные. И в результате воздействия этого мифа мы заняли некую равноудаленную позицию по отношению к тем, кто нападает, и по отношению к тем, на кого нападают. И это глубокое желание И это глубокое желание занять равноудаленную позицию в отношении обеих сторон конфликта, я имею в виду именно стороны конфликта, а не стороны военного противостояния, свидетельствует о том, что мы ментально еще совершенно не готовы к тому, чтобы разработать и реализовать стратегию, о которой говорил мой предшественник Андреас Штокенхоф. Аплодисменты 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 Mit einer Möglichkeit, zunächst unsere russischen Gäste hier nochmal zu replizieren und auf diese zwei Kommentare ihrerseits zu reagieren. Aber vielleicht auch nochmal in der zweiten Runde, die an dieser Frage dranbleibt, die jetzt brutal auf dem Tisch liegt, wirklich brutal auf dem Tisch liegt. Was ist die Europäische Union, was ist die Europäische Republik, um diese... Worin könnte ein... gleich mit dem Land... ...tiefer versinken, weil am Ende Putin es ist, der die Bedingungen des Kompromisses definiert und immer noch einen Schritt weiter gehen kann, weil er sicher sein kann, dass die Europäische Union, weil sie den Konflikt um jeden Preis will, letztlich bereit ist, das russische Ultimatum zu akzeptieren. Also letztlich die russische Vorherrschaft über die Ukraine zu akzeptieren, um es klar auszusprechen. Wer möchte... Dann beginnt. Ja, genau. Übersetzung, um Himmels Willen. Ich bin im Geist immer noch bei der... sagen, dass Simultanübersetzung... Ich entschuldige mich jetzt nochmal. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass uns das passiert ist und es soll nicht wieder passieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Maria Luise. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube energía. europäische Perspektivität für Ukraine? Oder sind wir in einer unbezüglichen Situation zwischen Запад und России? Weil Putin alles-таки определяет unsere отношения. Und der Europäische Union muss понять und жить mit dem, dass die Ukraine für die EU-parteiung eine Teil der Ukraine hat. Bitte. Wer möchte beginnen? Lief oder Masha? 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 Ich bin, dass alles, was wir heute gesagt haben, представляет собой konstatation, dass die Situation невероятно сложна. und ein kolossal вызов für Deutschland, weil wir hier sind und jetzt mit deutschen Politikern sprechen, вызов für Europa, вызов für den Westen. Und ich sage nicht mehr über die Ukraine. Ich fürchte, dass alles das, was wir heute gesagt haben, eigentlich nur bedeutet, dass wir konstatieren müssen, dass die Situation, mit der wir uns konfrontiert sehen, für uns alle unverständlich ist und dass die Herausforderung für Deutschland, denn wir sind ja nun einmal hier, aber auch für den gesamten Westen und für Europa sehr, sehr groß ist. Lief oder Masha? 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 Und diese neue Politik ist notwendig. Und das ist natürlich eine Situation, die für uns unannehmbar ist und die auch natürlich für den Westen, für Europa unannehmbar ist. Wir brauchen eine neue Politik. Wir brauchen eine große Herausforderung. Wir brauchen eine große Herausforderung. Ich denke, dass das, was heute hier gesagt worden ist, sehr wichtig ist, insbesondere das, was Sie, Frau Beck, gesagt haben. Wir beobachten im Moment in Bezug auf Russland ein autoritäres Regime, das sich zu einer Diktatur entwickelt, das mit militärischen Mitteln darauf zu reagieren versucht, dass es seinen Großmachtstatus verliert. Hier zeigt sich auch ein Komplex der russischen Politik, ein Minderwertigkeitskomplex, der daraus resultiert. Die Exzesse, die wir in Georgien gesehen haben und jetzt in der Ukraine sehen, werden meiner Meinung nach sich wiederholen. Sie werden auch häufiger stattfinden. Denn Putin hat zumindest im Moment den Eindruck, dass der Westen keine adäquate Antwort darauf findet. Putin ist sehr wichtig. Für Putin, Putin betreibt im Moment eine Spaltung Europas. Und die Antwort darauf kann nur eine sein, Europa muss auf seinen Prinzipien bestehen, auf seinen Werten bestehen und auf etwas ganz Wichtigem bestehen, nämlich moralischer Klarheit. Das ist daher so wichtig, weil Putins Politik von Zynismus geprägt ist. Er ist der Ansicht, dass in der Politik Raubtiere vorherrschen und das Recht des Stärkeren herrscht. Rечь идет не о российском населении, российском обществе, а именно о режиме, становящемся все более агрессивным. И этот режим знает только один фактор, это силу противодействия ему. В противном случае он все воспринимает, любой шаг, компромиссом, он воспринимает как признак слабости. Das betrifft nicht die russische Gesellschaft oder die russische Bevölkerung, sondern die Politik, die immer aggressiver wird. Die russische Regierung, die russische Politik kennt nur das Recht auf Widerstand und wertet jeden Kompromiss als ein Zeichen der Schwäche. Ich часто spрашиваю, как далеко может пойти Запад в своем сопротивлении путиновской агрессии. Wозможно ли такие санкции, гипотетически хотя бы, по отношению к России, как скажем, по отношению к Ирану, если агрессия будет продолжаться и ее жертвой станут, там гипотетически, опять подчеркиваю, стороны Балтии. Мне говорят, ну нет, конечно, не может быть этого. Ну вот если только Польша там или еще что-то, то тогда, конечно, это Запад объединится. Вот. Я боюсь, что нам придется заплатить более дорогую цену, чем это сейчас приходится. Но я боюсь, что, который мы должны заботиться, будет еще больше, чем мы должны заботиться. Я боюсь, что мы должны заботиться в России, чем мы должны заботиться в России. Ich bin in der Analyse, ob wir dazu bereit sind, optimistischer und möchte an das anschließen, was Lef am Schluss gesagt hat. Ich bin in der Analyse, was Lef am Schluss gesagt hat, was Lef am Schluss gesagt hat, wie sich die Situation entwickelt. Aber wir sind nicht ohne Machtmittel. Unsere zwei wichtigsten Machtmittel sind einmal die Einigkeit der Europäischen Union. Es war unendlich schwer und mühsam, ja das stimmt, 28 Staaten mit ganz unterschiedlichen Interessen auf eine einheitliche Linie zu bringen. Das war 2008 nach der Georgien-Krise noch völlig unmöglich. Wir sind etwas weiter gekommen. Wir haben uns nicht mehr trotz aller Versuche von Putin auseinander dividieren lassen. Dass das so bleibt, wird weiterhin eine enorme Anstrengung benötigen. Für das ist wichtig, dass die Einigkeit der Europäischen Union wichtig sind. Das ist ein Faktor, der sehr, sehr schwierig ist. Wir haben 28 Staaten, die sehr unterschiedliche Interessen haben. Und die Interessen von diesen Staaten ist eine sehr schwierige Herausforderung. Und in 2008, nach der Situation in Gronien, показалось, dass diese Herausforderung noch nicht möglich ist. Und unser zweites Machtmittel ist die Transformation der Ukraine, die die Menschen auf dem Maidan gefordert haben. Und das wird uns enorm viel Geld kosten, wenn wir nicht dazu bereit sind, das auszugeben, wird es uns unendlich mehr Geld kosten. Aber diese Transformation in der Ukraine sind nicht nur finanzielle Herausforderungen? Es geht um den Kampf gegen Korruption, für freie Medien, für eine unabhängige Zivilgesellschaft, die Missstände in der Ukraine, die es heute gibt, die es in allen vergangenen Regierungen gab, endlich anzugehen. Wenn Poroschenko das wirklich schafft, ist er stärker als Putin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was brauchen wir? Wir müssen aufhören, schönzureden, was an Kompromissen gefunden worden ist. Das findet derzeit gerade statt. Ich glaube, man kann und muss zum Donbass sagen, das ist der nächste Frozen Conflict. Und wir haben die Frozen Conflicts, die es seit Transnistrien gibt, nicht einen einzigen von ihnen aufgelöst. Zweitens, es ist nicht vorbei, die Frage, ob nicht nach einer Atempause, zum Beispiel nach dem Winter, das, was die Geografie geradezu anbietet von Transnistrien, der kleine Vorstoß über Odessa gemacht wird oder von der Krim, wo wir wieder sehen, jetzt beobachten können, dass dort militärische russische Kräfte zusammengezogen werden, dass sie den Landweg nach Hersson rüber eröffnen. Das alles ist auf dem Tisch und wir sollten anfangen, darüber zu reden, statt es wieder als nicht existente schwarze Fantasie zu verdrängen. Also das ist erstmal, was ich mir kurzfristig wünsche. In Europa und mit dem Konflikten in Friedenstädten in Friedenstädten in Friedenstädten, wir haben es nicht geschafft, dass es nicht einen von ihnen zu lösen. Der zweite Punkt ist, ob es nicht möglich, wenn es nach einer bestimmten Veränderung, zum Beispiel, nach der nächsten Zeit, zum Beispiel von Friedenstädten in Friedenstädten, Ich glaube, dass es um das Wissen immer zu langsam in seinen Entscheidungen ist. Der Preis wird damit immer höher, und zwar nicht nur der Preis in Euro, sondern leider auch an Menschenleben. Das haben wir als historische Lektion bei Bosnien gelernt, und ich fürchte, das könnte auch bei der Ukraine so werden. Das ist ein historischer Lektion, den wir aus den Konflikten in Bosnien auswählen. Und drittens, wenn wir Putin gestatten, ein neues Yalta für Europa zu zimmern, zementieren wir seine Macht. Das müssen wir uns klar machen. Und auch die Menschen in Russland wollen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Kampf gegen Korruption. Sie sind nämlich Europäer wie wir. Und deswegen müssen wir wegen der russischen Bevölkerung uns Putin entgegenstellen. Und drittens, wenn wir Putin eine neue Yalta machen wollen, dann müssen wir seine Macht. Ich denke, wir machen jetzt hier einen Schlussstrich. Auch wenn so viele Fragen noch offen sind, aber das wird nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein, diese Diskussion fortzuführen. Ich glaube, wir haben alle das Gefühl, was hier mehrfach ausgedrückt worden ist, wir stehen vor einer neuen Situation, die neue Antworten braucht und wir haben diese Antworten noch nicht, sondern wir suchen noch nach ihnen und dafür braucht es solche Diskussionen wie heute. Und wir, ich denke, die meisten von uns haben auch das Gefühl, dieses Zwischbalz, dass wir einerseits... Ich bin gleich fertig. Vielen Dank. So взглядом на часы, я предлагаю, что мы сейчас закончим нашу дискуссию. Хоть много вопросов осталось открытыми, но сейчас даже не последняя возможность обсуждаться такие вопросы. Я думаю, что у нас всех возникает, что мы являемся в новой ситуации, которая нуждается в новых ответах. И у нас сегодня пока нет таких ответов, мы должны их искать. И для этого нужны такие мероприятия, такие дискуссии. И я думаю, что мы все не только вторцы, которые могут быть в России. Und gleichzeitig müssen wir aber darauf bestehen, dass ein Arrangement, ein Interessenausgleich mit Russland nicht darin bestehen kann, die Hoffnungen, die Aspirationen der Menschen in der Ukraine, in Georgien, in Moldawien, in Weißrussland und auch in Russland selbst, wie Marie-Luise gesagt hat, zu opfern. Ich denke, dass niemand von uns nicht in die Konfrontation will, und wir müssen darauf achten, dass ein Kompromiss mit Russland nicht möglich ist, dass wir nicht verabschiedet haben, dass wir nicht verabschiedet haben, die Ukrainer, Moldawien, 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 und auch Menschen in Russland, die, wie Marie-Luise gesagt hat, sind europäisch. Und jetzt bedanke ich mich bei ihnen für ihre Geduld, ihre Ausdauern, ihr Interesse und vor allem bei unseren Dolmetscherinnen, Sie waren die Helden des Abends. Und jetzt bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Ausdauern und für ihre Ausdauern und für ihre Arbeit.